Das Ganze hier in einer Simulation anschauen und zwar habe ich hier unten eingestellt, wir haben ein ideales Gitter, was dieses Ideal bedeutet, werden wir bald noch besprechen. Ich möchte erstmal nur zwei Spalte haben, das heißt eigentlich haben wir hier einen Doppelspalt. So, jetzt, genau, sehen wir auch schon, ich habe hier auf der rechten Seite diese zwei Pfeile, diese zwei Zeiger, eins sind zwei schwarze Zeiger hintereinander und resultierend den roten Zeiger und ich kann hier die Wegdifferenz, also den Gangunterschied zwischen Nachbarspalten einstellen und wir sehen, wenn ich diesen Gangunterschied verändere, dann stehen die beiden Zeiger hier unterschiedlich aufeinander und der resultierende Zeiger, der wird jetzt gerade immer kürzer. Das heißt, am Anfang in dieser Position hier hatten wir gerade das 0. Hauptmaximum, das heißt, unsere Amplitude ist ganz da oben und wenn ich jetzt den Gangunterschied immer größer sozusagen mache oder den Gangunterschied verändere, dann klappen diese beiden Zeiger aufeinander. Jetzt haben wir gerade den Moment, wo sie entgegengesetzt zeigen und wir sehen hier, wir sehen hier sozusagen das Schirmbild auf dieser Seite, hier haben wir jetzt ein Minimum, ein Amplitudenminimum. Dann steigt der Gangunterschied wieder an, der resultierende Zeiger wird länger und wir bekommen das Maximum der ersten Ordnung. Das heißt, wir sehen hier jetzt nur, wir sehen praktisch einen Schnitt durch den Schirm. Ihr müsst euch vorstellen, hier auf der linken Seite geht es praktisch nochmal genauso weiter. Also so könnte ich das Ganze immer weitermachen und so sehe ich jetzt meine einzelnen Maxima, wie sie beim Doppelspalt nebeneinander liegen. Gut, wir nehmen mal einen Dreifachspalt, haben jetzt also drei Spalte nebeneinander und deswegen hier auch drei Zeiger. Und wir sehen jetzt, diese drei Zeiger, jetzt sind wir gerade noch hier beim Maximum der 0. Ordnung, beim Hauptmaximum. Die klappen jetzt immer weiter zusammen und jetzt in diesem Moment habe ich ein Minimum, weil ich in der Vektoraddition 0 rausbekomme. Jetzt drehe ich diese Zeiger weiter und in diesem Moment ist mein resultierender Zeiger tatsächlich wieder gefasst oder genauso lang wie ein einzelner Zeiger. Wir haben so ein kleines Maximum und das ist eben dieses Nebenmaximum, was ich sehen kann. Das Nebenmaximum flacht wieder ab, denn jetzt haben wir wieder ein Minimum. Jetzt klappen sich meine Zeiger wieder auseinander und ich bin beim Maximum der ersten Ordnung. Die Zeiger klappen sich wieder zusammen, wir haben ein Minimum. Sie klappen sich wieder ein bisschen auseinander, so dass ich das Maximum ein Nebenmaximum habe und dann wieder ein Minimum und dann wieder das Maximum der zweiten Ordnung. Das heißt, hier sehe ich wieder Hauptmaximum, erstes Maximum, zweites Maximum und dazwischen jeweils ein Nebenmaximum und zwei Minima. So, vier Spaltöffnungen. Wir sehen, ich klappe die so zusammen, bis sie ein Quadrat ergeben. Das ist das erste Minimum, das ich erhalte. Dann kann ich sie weiterschieben und jetzt habe ich so ein Dreieck und jetzt habe ich so ein kleines Nebenmaximum bekommen. Das heißt, das sehen wir hier. Dann schiebe ich weiter die Pfeile, so dass sie alle aufeinander liegen. Jetzt habe ich gerade den Gangunterschied von Lambda halbe. Wir haben wieder ein Minimum. Ich schiebe weiter. Wir haben wieder ein Nebenmaximum. Jetzt wieder beim Dreieck. Ich schiebe weiter und hier haben wir wieder mein Minimum. Und jetzt schiebe ich wieder weiter und ich bin wieder bei meinem ersten Maximum, bei Maximum der ersten Ordnung. Und auf diese Art und Weise kann ich jetzt zwischen zwei Maxima eben zwei Nebenmaxima beziehungsweise drei Minima bekommen. Das Ganze könnte ich jetzt noch mit fünf Spalten machen. Wir schauen uns einfach nur mal an, wie es aussieht. Bei fünf Spalten bekomme ich übrigens ein Minimum, wenn ich dieses Fünfeck hier bilde. Und ein Nebenmaximum dann bei einem Viereck. Und das Ganze sieht dann so aus. Und bei einem Sechsfachspalt sieht das Ganze dann dementsprechend so aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch diese Simulation auch gerne selber mal herunterladen. Dafür müsstet ihr mal auf Google nach Programm Gitter von Guntram Girolf googeln. Dann geht ihr auf die Seite vom Landesbildungsserver. Die erscheint jetzt bei mir bei Google direkt ganz oben. Es ist dieser Weg dahin über Wellenprogramme D-Gitter. Dann seht ihr das hier und ihr könnt das Programm hier herunterladen. Das könnt ihr gefahrlos herunterladen. Und dann könnt ihr das zu Hause mal selbst ausprobieren, wenn ihr möchtet. Viel Spaß dabei.